Wein und alles, also das muss nicht sein. Außerdem lebt es sich auch gesünder ohne Alkohol. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal und lassen, oh, da brennt es schon wieder. Ach, wie süß, guck mal, hier steht noch so ein kleiner Trailer rum. Pollacks, Alter. Die Pollacken, bei denen brennt es im Wohnwagen. Die Pollacks, da steht's. Ich hatte sehr nette polnische Nachbarn hier in den Namen. Aber das ist ja mal cool. Olga Henfling. Herkunft Pollacks Wohnsitz und nichts, steht nichts da, einfach nur, ah. Die Olga. Da haben wohl ein paar mit Feuer gespielt, wa? Die wird zu Tode gelockt. Deutsche Feuerwehr tötet Polen, oh mein Gott, das müssen wir löschen. Oh man. Das ist politisch so inkorrekt. Angriff auf Polen. Vorkeitsfeuerwehr-Simulator. Oh mein Gott. Oh, sie ist tot. Sie ist weg. Ich hatte sieben Tage, die haben sie ins Tode gelöscht. Oh mein Gott. Da können wir kein Highlight draus machen. Das löschen sie mir, da reporten sie mich. Das geht nicht. Ach du Scheiße. Uns geht es hervorragend. Alles klar. Die Polen sind hart im Leben. Die sind dort gewöhnt. Was mich unglücklich macht, ich finde hier nirgendwo was zum Einkaufen. Alles klar. Oh mein Gott. Gut, dass wir noch nicht rausgegangen sind. Hier, ist das Olga? Wildrud Schwart. Wer ist denn da also in dem Haus? Was geht denn da vor? Was ist denn da für ein Laden? Was machen denn die Polen da? Oh, hier ist Elfriede Pollack. Nimmt jeden Job an. Yeah. Annette Pollack ist pleite und hofft, Arbeit zu finden. Also nicht, dass wir hier irgendwelche Klischees bedienen, aber ich finde, das passt alles. Oh, warte mal. Sind das noch mehr Pollacks hier? Seid ihr alles Pollacks? Die Mitros Pollack. Auch pleite. James Pollack nimmt jeden Job an. Oh Mann. Ja, wenn das nicht so schräg wäre, wäre das echt ein Highlight. Aber ich hoffe nicht, dass wir das machen sollten. Ja, das war ein Abend in Honeyball City. Hm. Ha ha. Hm. Ha ha. Hm.